So, Boo! Und herzlich willkommen auf Doggy3DL. Euer lieblings YouTuber ist hier am Start. Äh, richtig an YouTube. Okay. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Freunde, wir haben zwei Wochen geschafft, mein Badexperiment. Für viele, die jetzt neu auf meinem Kanal sind, für viele, die sich dieses Anfangsvideo nicht reingezogen haben, könnt ihr euch das gerne anschauen. Ich habe es hier unten natürlich verlinkt. Ich habe mir überlegt, ich starte ein einmonatiges Experiment, wie weit oder wie lang mein Bad werden kann. Das hat sich schon wieder gereift. Also, ich kürze ihn gerne mal so auf 3-4 Millimeter ungefähr. Oder vielleicht auch mehr. Ich bin ehrlich gesagt mit dem Ergebnis zufrieden. Es sieht noch einigermaßen passabel aus. Ich habe noch keinen Stress von meiner Frau bekommen, dass ich den kürzer machen soll oder so. Oder irgendeine Scheiß. Äh, ja, Freunde. Zwei Wochen haben wir geschafft. Halbzeit. Und ja, wir haben noch zwei, drei Wochen vor uns. Ich weiß jetzt nicht, wann genau das Video online kommt. Das war nur ein kurzes Update. Das soll jetzt nicht irgendwie ganz, 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 ganz in die Länge gehen. Ich wollte nur noch mal kurz auf mein Gewinnspiel hinweisen, Freunde. Bitte macht alle mit. Ich habe auch Support von einem YouTuber bekommen, der sich im Bereich Gewinnspiele, Veröffentlichung, bla bla bla, irgendwie, keine Ahnung, der zeigt auf YouTube irgendwie, dass der oder die YouTuber irgendwie Gewinnspiele haben. Der hat mich auf jeden Fall supportet. Den Link kann ich euch gerne auch unten einblenden. Ähm, ja, guckt euch das Gewinnspiel Video an. Link ist unten in der Beschreibung. Genau anschauen, gucken, was ihr machen müsst und wie ihr gewinnen könnt, Freunde, ja. Und dann gibt es von mir einen 25-Euro-Gutschein, ja. Ich danke euch für's Einschein und bis hin auf.